Und wir stellen Ihnen heute zu Beginn mal drei spannende und auch ganz überraschende Beispiele vor. Oder hätten Sie gewusst, dass im Landkreis Regensburg exklusive Armbanduhren gefertigt werden, Energiesysteme für ganze Häuser oder Maschinen, die wiederum industrielle Teile reinigen? Mechanische Armbanduhren. Robust, genau und wartungsarm. Mit dieser Vision begann 1994 der Weg der Damasko-Uhrenmanufaktur in Babing. Dabei reicht das Spektrum in dem Familienbetrieb von den ersten Entwürfen über die Fertigung bis zum Vertrieb der fertigen Armbanduhr. Über 70 Patente belegen die Innovationskraft der Manufaktur. Der Landkreis Regensburg spielt für Damasko mit ihren 22 Mitarbeitern eine wesentliche Rolle. Wir sind eng verwurzelt mit der Region. Unsere Mitarbeiter kommen aus der Region. Wir wollen hier in mittelfristig, in absehbarer Zukunft ein neues Werk bauen auf grüner Wiese. Wir wollen im Bereich der Werkgefertigung, Urwerkgefertigung stark expandieren. Wir werden die Mitarbeiterzahl erhöhen. Wir suchen dringend Fachkräfte, Uhrenmacher, Zerspanungsmechaniker auf diesem Gebiet. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass die Mitarbeiter aus der Region kommen. Wir haben hier bisher sehr gute Fachkräfte gefunden. Alles in allem eine gute Zeit derzeit für die Damasko-Uhrenmanufaktur. Die Nachfrage nach mechanischen Uhren ist da. Finden sich noch zusätzliche Fachkräfte, steht einer Expansion nichts im Wege. Das gilt für eine wichtige Stelle. Vielen Dank.